Noch lange werden wir uns in Europa nicht wirklich vertragen und vergessen ist es besser, wenn es Grenzen gibt, wo zumindest die Administration nicht hinübergreift ins andere Staatsgebiet, was nur Aggressionen hervorrufen würde. Ich glaube, es ist gut, wenn man sozusagen getrennte Wohnungen hat. Wir können noch eine Menge politische Krisen haben in diesem Jahrhundert. Ich bin mir nicht sicher, dass sie schwächer oder kleiner sein werden als im 20. Jahrhundert. Ich glaube, wir sollten uns wapfen auf noch sehr schwere politische Krisen in der Zukunft, weil die Schwergewichtsverteilung in der Welt geht noch vor sich. Wenn wir allerdings das Wort Krise wörtlich nehmen, was vom griechischen Wort Krine umdrehen, Wende ausgeht, so gebe ich zu, dass mich das Tempo der Wende im Jahr 89, 90 überrascht hat. Es war zwar sicher, schon zu sehen, dass das Sowjetsystem nicht überleben kann, aber ich habe, sage ich ganz ehrlich, mit einer längeren Verfallszeit gerechnet. Dass die Implosion so schnell passieren wird, das habe ich nicht erwartet.